Ich wollte euch mal kurz das Cheruska Andorans vorstellen. Da gibt es schon zwei ganz tolle Videos vom Sven Cologne und vom Stefan Schmalhaus. Ich werde in die Videobeschreibung mal die Links dazu reinpacken. Die haben das schon vorgestellt und sowohl beim Stefan, der noch mal auf die Historie des Namens eingeht und auch auf den Namen selbst, warum das Messer jetzt so heißt. Und beim Sven Cologne erfährt man noch mal viel technische Daten und die sind wirklich lohnenswert, die sich mal anzugucken. Und die Messer gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Ja, ich hatte auch das andere, das Schanz SG1, vor längerer Zeit mal. Aber ja, das habe ich dann verschränkt. Und das ist, soweit ich informiert bin, sind da auch alle Bestände abverkauft. Und ich habe mich halt jetzt noch mal entschieden, obwohl ich das auch schon hatte, mir das Andorans zu besorgen. Und ja, das lag auch daran, dass das Messer gerade zu einem unglaublich günstigen Preis rausgehauen wird. Ich glaube, das Messer fing mal an bei 70, 80 Euro. Und seit längerer Zeit jetzt werden die Modelle abverkauft und zuletzt war es so bei 40 Euro rum. Und jetzt hatte ich gerade so vor 10 Tagen mal wieder auf die Online-Seite von Chiruska Messer geguckt. Und da gab es halt das Andorans für 25 Euro. Und ich glaube, es ist nach wie vor für 25 Euro erhältlich. Ja, und das finde ich jetzt wirklich ein super Fun. Da habe ich dann auch gleich zugegriffen. Alles, was ihr jetzt im Anschluss noch seht, das habe ich vor drei Stunden aufgenommen. Die Tests. Und da hat sich das Messer wirklich gut geschlagen. Und jetzt gerade eben, ich komme gerade aus dem Garten von meinem Vater, da hatte ich das nämlich nochmal benutzt, das Messer. Und auch da hat es sich wirklich ganz ausgezeichnet geschlagen. Also, ja, das ist, also wirklich, ich bin, bin, bin wirklich richtiggehend beeindruckt von diesem Messer. Das liegt wirklich auch größtenteils an der wirklich fantastischen Ergonomie und Handlage. Da lässt sich ganz, ganz ausgezeichnet mit arbeiten. So, also wie gesagt, jetzt gerade eben auch im Garten habe ich damit doch so einiges geschnitten. Ja. Und da hatte sich auch wirklich, wirklich ganz ausgezeichnet geschlagen, das Messer. Gut. Also, ich werde in die Videobeschreibung den Link zum Shop mit reinpacken. Schaut es euch mal an. Und wenn es denn noch eins gibt zu diesem Preis, für 25 Euro, dann solltet ihr, ja, meiner Meinung nach, zugreifen. Gut, alles klar. Ja, das war das Chans Andorans und jetzt folgt dann halt noch ein kleiner Test. Bleibt gesund, peace, ich bin raus. Jo, dann wollen wir dem, äh, Chiruska Andorans doch mal auf den, äh, Zahn füllen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das waren jetzt 166 Seiten. Das Schneiden ging durch die Buchseiten, aber war jetzt auch nicht spielend einfach. So, das war's. 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 Okay. Alter Fahrradschlauch. So, das war's. 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 Das war's für heute. So, Klingenspiel ist vorhanden. Leicht auf und ab und auch seitlich. Werde ich mal gucken, ob man das nachher live wieder reparieren kann. So, Klingenspiel ist vorhanden. Naja, also die Schärfe hat jetzt doch schon deutlich gelitten. So, und jetzt wollen wir noch einen draufsetzen. So, Klingenspiel ist vorhanden. So, Klingenspiel ist vorhanden. So, Klingenspiel ist vorhanden. So, deutliches Klingenspiel. Der Puzzle-Lock funktioniert aber noch wunderbar. Kein Problem. Bisher ganz anständig. So, Klingenspiel ist vorhanden. Okay, alles in allem hat sich das Teil echt gut geschlagen und für den Preis eine absolute Kaufempfehlung für mich. Hold on. Hold on.